Die zentrale Studienberatung ist deswegen so wichtig, weil das eine unabhängige Einrichtung ist. Das, was wir auch bieten, und das machen wir zunehmend, dass wir Lernräume schaffen, das heißt einen geschützten Raum, wo sich Studierende ausprobieren können. Die zentrale Studienberatung begleitet Studierende mit Programmen und Angeboten. Viele Studierende kommen, weil sie merken, der Leistungsdruck ist zu groß, sie bringen Prüfungsängste mit Lernblockaden, Motivationstief. Es gibt eine Lernunterstützung und Lernberatung. Da geht es weniger darum, den Lernstoff zu erlernen, sondern eher darum, effektive, hirngerechte Strategien zu entwickeln, um das dann in den Alltag zu übertragen. Es gibt Lernunterstützung für Klausurvorbereitungen, für mündliche Ergänzungsprüfungen. Da stehen wir als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir bieten Hilfestellung, wir unterstützen euch da, also die Studierenden, und versuchen bestmöglich weiterzuhelfen. Meine Hauptaufgabe hier an der Jade Hochschule ist die Begleitung der Studierenden bei der Ableistung der Praxisphasen. Das heißt, meine Betreuung ist eher die, welche Firmen kann man nehmen, wie läuft die Bewerbung ab, an was muss ich denken. Mich begeistert der Umgang mit Menschen. Besonders Spaß an der Arbeit macht es mir, gemeinsam mit Studierenden Projekte zu entwickeln, sie in ihrem Lernprozess zu begleiten. Ich erlebe das auch zu Hause, wie viel Wert das ist, wenn man als Studierender eine gute Beratung durch die Hochschule oder durch die Uni bekommt und erhält. Und das gebe ich unglaublich gerne an die Studierenden hier in der Hochschule weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.